So, was hat es jetzt hier mit auf sich? Das, äh, hm, wir sollen ja herausfinden, was Nathan getan hat. Mhm, äh, da. Okay, sie sagt, uh, ne, sie sagt aber nirgendwo mehr was zu. Ich geh nochmal kurz durch und mir selber nochmal an, hallo? Ähm, um es selber nochmal anzugucken, hier tut er was. Das ist ja angeblich sein Outfit. Die Kamera war ja eher David. Und ich glaub, fast die Fotos von Kate waren auch eher David, aber bin ich mir wieder nicht sicher. Ja, sie sagt einfach nirgendwo mehr was zu. Na gut. Ähm, aber was ich jetzt bis jetzt mit Nathan in Verbindung bringe, ist das, also die Schlägerei mit Roran, sein Auto und sein Auto. Die beiden. Was ist das eigentlich hier? Ich mach mal hier, ich drück mal hier auf Read, dann kann ich mir das so angucken. Das ist so ein Datum, Datumssachen und wann, ne, wo war. 7.10.2013. 7.52 Uhr PM. Also 19.52 Uhr für uns. Mhm. Mhm. Das könnte sein, dann mit den beiden Fotos. Mhm. Aber es kann natürlich auch was hier sein mit, ich mach mal den. Ich bin mir bei der Map echt nicht sicher. Nee, dann ist das vielleicht der, der und der. Sehr gut, das hitten wir. Äh. Get ready to fucking die Bishes. Äh, das kann noch lustig werden. Glaube ich mit Nathan, da wir ihn ja so verfrügelt haben. Das kann, oder Roran das gebaut hat, das kann noch echt, äh, das könnte witzig werden. Okay, herausfinden, welches Car, oder welches Auto Nathans ist. Okay. Mhm. 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 Das seien alles diese, äh, das ist, äh, ganz toll. Jetzt muss man ja noch herausfinden, welche Liste zu welchem Auto gehört da, das ist ja. Okay, der hat hinten auf jeden Fall Tape. Da, hat er Tape. Und was ist das da? Das weiß ich nicht, das könnte jemand eine andere Person sein, die da noch sitzt. Hm. Ja klar, das Graue ist Chloe, das wissen wir ja, das kennen wir ja. Interessant. Ist das Nathans Car? Nee, weil das hat kein Tape. Ist aber auch nicht Nathans Car. Hm. Das ist Nathans. 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 Ist das Nathans? Nein. 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 Ich muss etwas verloren haben. Komm schon. Um das Nathans Lissensblatt-Nummer zu machen, dann matche es. Oh, yes. Jetzt sind wir endlich irgendwo. Chloe. Let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Was kommt jetzt? Das haben wir auf jeden Fall rausgefunden. Ach, geht noch weiter. Ich freue mich hier gerade. Na gut. Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Ach, du sch... Naja, gut. Das wird... Ah. Okay, das hier sind diese ganzen... Die ganzen Texte. Mhm. Okay, das hier sind die ganzen Namen. Und was sind denn jetzt die ganzen Bilder? Dritter, Zehntag, 2013, 4.24 Uhr morgens. Okay. Mhm, 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 mhm. Okay. Hallo. Okay. 30.9., 4.10., 5.10. Einmal morgens, zweimal abends, okay. Merke ich mir wahrscheinlich jetzt sowieso nicht, aber... Wenn Joyce knew, was Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Mhm. Oh, that has to be the Prescott Estate. Poor, rich Nathan. Ja, gut. Okay, da sind ganz viele Daten. Not much out there. Mhm. Haben wir hier drauf auch so Zeiten? Ja, 10.4., das ist 10.4. alles. Oh, das ist alles 10.4.? Ne, komm, das ist der 10.7. Auch der 10.7. 30.9. Mhm, 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 mhm. Vierter 10. Was haben wir hier noch so drauf? 30.9.10 Uhr. Ich muss ja was über... Haben wir hier irgendwie was mit... Blackwell. Mhm. Das, ja, das ist Blackwell. Was haben wir hier noch? Das ist der Strand. Mhm. Die Docks. Das war am 4. Oktober. Auch wieder der Strand. Das ist wieder Blackwell. Mhm. Mhm. Haben wir hier... Blackwell haben wir überhaupt nicht. Haben wir hier irgendwas... Oder was ist das denn nochmal gewesen? Doch, das ist Blackwell. Haben wir hier den 10.4. drauf? Haben wir... Um 5.36 Uhr und um 7.25 Uhr. Okay. Das ist 10.00 Uhr. Nein, nicht da unten. Hier. Das ist 5.40 Uhr. Nachmittags aber... Das war 3.10 Uhr und sowieso der 30. Das ist schon mal... Auf jeden Fall nicht das richtige Datum. 10.50 Uhr ist schon mal nicht die richtige Zeit. Und 11.00 Uhr. Also abends. Das ist... Äh... Schon ein bisschen kniffliger. 4.24 Uhr. 4.24 Uhr. Am 3.10. Mhm. Haben wir irgendwas um... 10.20 Uhr. Ich gehe... Mir fallen die ganzen Daten immer wieder. Immer wieder weg. Ähm... Das ist der 7. Hier wäre auch ein 7. Und falls es der 7. ist, kann auch ein 1. sein. Hmm. 30.09. Erster 10. Warte mal. Hier haben wir... Den ersten 10. War der, ne? War der, ne? War der, der erste 10. Weißt du was? Komm, den selecten wir einfach mal. Erster 10. Also... Wo hatten wir hier noch den ersten 10? Das war der 30. 9. Das... Ja, das könnte eher eine 7 sein, finde ich. Finde ich. Und das eher dann eine 1. Das ist der Blackwell. Warte mal. Wenn wir das hier noch selecten und dann das. Das ist wahrscheinlich hier nicht der erste... Nein, guck mal, das ist nicht der erste. Das ist alles der siebte. Darf ich nochmal wissen, was ich... irgendwo rausfinden soll, bitte? Erzählst du mir das nicht nochmal, oder? Okay, ich kann rausfinden. Die Party war ja... Warte mal. Hier, die Party. Warte, 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 warte. So, this infamous Party was the 4th. Vierter um 8 Uhr. So. Das... Kann ich nicht selecten. Okay, aber am 4. Warte, ich mach mal ganz kurz. Ich schreib das mal ganz kurz. Am 4. Oktober. Das heißt, am 4. Oktober um... 8 Uhr abends, also PM. Okay. Wer der 4.10. Oder? Ich mein ja. Ich glaub, ich bin falsch, aber... Ich meine der 4.10. 4.10. passt ja auch, weil da ist ja was mit dem 4.10. So, 4.... Warte, wir gucken erstmal hier unten. 4.10. Hier ist ganz viel 4.10. Alles abends. 7.25 und 5.36. Aber... Das ist ja nicht abends um 8. Das kann ja nicht sein. Das ist ja dann... Zu früh, wo er da war. Oder soll er es in der 9 darstellen? Um 9.36. Das kann auch sein. Dass es eine 9 darstellen soll. Ich kann auch einfach so gucken. Werden wir da mal auf... 4.10. 7. Und 5 Uhr. Ne, das war alles... Das ist alles nicht das Richtige. 4.10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Ups, wollte ich gar nicht. Das speichern wir mal. So, 4.10. Alter Schuppen. So. Das haben wir mal in die Dings da. Das ist der 30. 9. Das ist schon mal... Zu spät. Oder äh, zu früh meine ich. Ne. Auf jeden Fall ist es nicht das Richtige. So, 4.10. Das ist auch nicht richtig. Das ist der 4.10. 11 Uhr abends. Das da. Haben wir hier sonst noch was? Ich guck einfach mal. Ne. Also. Das heißt, das hier, ne? Das war das, ne? Ja, 4.10. Guck mal. Das speichern wir mal. So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Das ist nicht nirgendwo der 4.10. 7.10. Das ist auch... Das ist alles zu spät. Das ist alles zu spät. Hier ist ganz... Hier ist der 4.10. Wir collecten das auch mal. Chloé. Chloé. Das ist definitiv die Ort. Ich hole mich noch mehr. Hier. Es gibt nichts, Max. Es gibt nichts hier. Es gibt ein verdammt, ein verdammt. Wir schauen uns und finden, wer diese verdammt verdammt. Ich bin auf das. Hold' auf. Eine Person namens Harry Aaron Prescott. Ich bin schockiert. Wir sollen uns die Polizei an? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody, except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Ich hab da kein gutes Gefühl bei, aber... Ich hab da kein gutes Gefühl bei, aber... Ich weiß. But we're here. Let's go find the best way in. Woah. Check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Okay. Hm. These are thick tracks and definitely fresh. Nathan's SUV? Three? Er hat sie bestimmt weggebracht, wenn sie noch hier wäre. Ja, ist ja gut. Ich muss auch noch alles lesen. So. Ähm. Wird das angefangen? Cool. Aha, hier. I'll talk to you later. Hier, dann geht's weiter. I didn't realize that bending the shit out of somebody would run my first. Of course, I've written a face loss. He had coming that who fired was so insane. Yes, it's a wars. How are you doing? Huh? I'll check the right. Amped up. I wouldn't want to do it again unless I had to. Also. And you paying your hero dues? Das? No. We just need customs. Speaking of. I hope you're coming to party. Tonight. So we can. Celebrate. I'll let you now promise. Cool. Now I have to get back to. Striking super proofs. I'll let you now promise. And thanks for living your mark on my door. I never ears. It. You better not. It's permanent. Okay. Watson. We can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Okay. 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 Wir gehen also wahrscheinlich. Hoffentlich gehen wir noch auf die Party in dieser. Diese Episode. War ja eigentlich so ein Trailer. Das war eigentlich nur. Hier hinten. Max. Get over here before I torch this place. Ja. Oh. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez. That is ancient. Jackpot. Old shit. No. Look closer. Harry, Aaron, Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Yes. Old Prescott clippings. But that can't be the only thing here. This tractor has paid its dues. I guess the Prescotts were just boring bastards. Martin Levis Prescott. Prescott Ranch. Arcadia Bay. Oregon. Dear Mr. Leinden. I'm writing in regards on your outstanding deeds that you have choose to ignore the Prescott. May not be tablish business, last gentlemen, but we are businessmen and expect our due. We will take your silence as a person inside and thus eradicate our family name to make you pay your debt with 10% interest, plus a right apology. If these conditions are not meet by the end of the day, July 24, in the year of our Lord 1993 rest assured, we will make your life a living hell. Kindness Regress MLP. Was? Trucks. Hallo? Darf ich auch gucken? Ja. Okay. There is no reason for anybody to drive out here. But there must be. Ich glaube, wenn sie hier war, hat er sie bestimmt weggebracht. Wow, Sir. Talk about home on the range. Bin ich mir ziemlich sicher, weil er irgendwie ahnt, dass wir ihm auf den Schu... auf den Fersen sind. There is no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Gold. Gold. Was ist das? Huh. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Ah, that's a good old day. Eggs, bacon, sugar, coffee, cocaine, tabak, tabasco, tabasco, was? Tabasco? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Polaroid Market, Acadia Bay. Okay. Ah, so interessant. Eine... What? Was ist das hier? So many haystacks. So few needles. Mhm. Woa... What is this? It's totally brand new. Warum? Nein, Supermax. Du kannst das nicht mit deinen Händen öffnen. Okay, Chloe. Ich habe eine Art Hatch gefunden, aber es ist geschlossen. Ich habe das. Ich hoffe. Lass mich wissen, wenn du eine Hilfe brauchst. Die Runde führt zu dieser Plattform. Ich muss aufstehen. Chloe! Kannst du mir eine Hand geben? Ein Handlinger ist bei deinem Service. Ich bin weg, Supermax. Ich liebe es zu haben, Minions. Ich bin weg. So. So, look. Okay. Mehr war nun nicht. Guten Abend, Dr. Who. Sorry. Die haben wir auch. Fehlen noch drei. Ich glaube, das haben wir wieder übersehen. Ach man, das ärgert mich gerade. Nö, nö. Ich fahr schon nicht. Keine Sorge. Der Huck ist ziemlich tief in der Runde. Ich könnte es um den Hatch zu öffnen. Hey, Chloe. Kannst du den Huck zu dem Padlocken rechnen? Oh, du bist sehr lecker. Ich bin ganz über das. Ich bin ganz über das. Ich werde es geschafft. Dann besser du weg von der Hatch. Ich bin ganz über die Hatch. Ich kann nicht die Hatch ohne die Hatch zu öffnen. Ich muss diese Hatch zu öffnen. Ich muss diese Hatch zu öffnen. Ich weiß, ob du eine Hilfe brauchst. Max. Ich benutze deinen Rewind. Und wieder zurück. Aha. Wir nehmen wir noch nicht. Okay. Ähm. Oh, ist der wieder unten. Jetzt oben. Okay. Gut, das haben wir. Jetzt müssen wir wahrscheinlich... Genau, das müssen wir wieder machen. Dann ist das Seil da wieder dran. Und jetzt können wir... das Seil hier festmachen und das Ding dann runter treten. Und jetzt müssen wir noch einmal laufen. Gößt, was wir noch nicht socken? Deswegen soll ich das werden. Gößt. Du kannst uns das mal zurückkriegen. Den Moment sonst... Gößt. Wora aus. Du kannst du mit dir POIN. Das ist mir nur toll, okay. Na dann, auf geht's. Das wusste ich auch gern. Ich habe jetzt Angst, dass wenn wir da reingehen, dass Nathan kommt und die Klappe zumacht. Da habe ich gerade so ein bisschen Angst vor, aber mal schauen.